In der Bäckerei Schorre wird stets mit Fleiß und Liebe gebacken. Seit über 55 Jahren produziert der Gummersbacher Handwerksbetrieb köstliche Brote, Brötchen sowie delikate Kuchen und Torten. Zum Sortiment gehören 15 Brotsorten wie etwa das beliebte Dümmlinghauser Mühlenbrot nach eigener Rezeptur. Darüber hinaus fertigt das tüchtige Team schmackhafte Brötchensorten. Diese werden auf Wunsch auch gerne belegt und genauso wie andere leckere Snacks zur Abholung vorbereitet. Wenn Sie eine individuelle Torte für einen besonderen Anlass benötigen, so sind Sie hier ebenfalls an der richtigen Adresse. Alle Erzeugnisse entstehen in der eigenen Backstube und enthalten garantiert keine Fertigmischungen. Die Zutaten kommen aus kontrolliertem Anbau und bestehen aus besten Rohstoffen. Die Qualitätsprodukte der Bäckerei Schorre gibt es an insgesamt vier Standorten. An jedem können Sie eine Bonuscard nutzen. Hier wird Ihre Treue belohnt.